Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich zwei bzw. auch mehrere Bewegungsmelder fachgerecht an einer Lampe anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir jetzt gleich an einer elektrischen Anlage arbeiten werden, müssen wir unbedingt einmal die 5 Sicherheitsregeln einhalten, wofür aber spezielle Videos an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei ist, dann schauen wir uns mal noch einen vereinfachten Schaltplan an, wie das Gadsitz eigentlich richtig funktioniert. In meinem Fall kommen wir mit einer 3-artigen Zuleitung, nimm 3 x 1,5 mm² zu unserer Verteilerdose und von daraus geht es dann weiter mit einer 5-artigen Leitung direkt zu unserem ersten Bewegungsmelder, mit einer weiteren 5-artigen Leitung direkt weiter zu meinem zweiten Bewegungsmelder und zum Schluss mit einer 3-artigen Leitung zu unserer Lampe. Zuerst einmal müssen wir unseren blauen Neutralleiter wirklich überall hinlegen, weswegen ich das Ganze auch zuerst einmal zu meinem Bewegungsmelder runterziehe. Danach geht es natürlich direkt weiter zu meinem zweiten Bewegungsmelder und zum Schluss muss ich es auch noch bei meiner Lampe hier oben anklemmen. In meinem Fall muss ich den grün-gelben Schutzleiter jetzt nur bei meiner Lampe hier oben verdrahten. Wenn du natürlich nicht, wie ich jetzt, kein Plastikgehäuse bei deinem Bewegungsmelder hast, sondern zum Beispiel ein Metallgehäuse, dann wirst du den grün-gelben Schutzleiter relativ sicher auch noch hier unten irgendwo anschließen müssen. Doch wie gesagt, bei mir ist das jetzt einfach nicht der Fall. Den meist braunen Außenleiter benötigen wir jetzt erstmal bei unseren Eingangsklemmen von den Bewegungsmeldern. Meistens ist das Ganze mit einem L hier gekennzeichnet und natürlich bei meinem zweiten Bewegungsmelder dann auch noch. Ich sage jetzt einfach mal, danach wird das Ganze geschalten und wir erhalten eine Ausgangsklemme, welche normalerweise mit so einem Pfeil hier gekennzeichnet ist und von hier aus geht es dann mit dem schwarzen Außenleiter direkt weiter zu meiner Verteilerdose. Bei dem Bewegungsmelder schaut es natürlich genauso aus. Auch hier müssen wir den schwarzen Außenleiter nach oben ziehen und diese beiden dann direkt auf den braunen Außenleiter von meiner Lampe draufgeben. Es kann übrigens auch sein, dass die Klemme nicht dementsprechend beschriftet beziehungsweise mit Symbolen gekennzeichnet sind. Dann muss man sich hier einfach an den Farben orientieren. Die Eingangsklemme ist meistens mit einem braunen Außenleiter versehen. Blau Neutralleiter ist auch immer blau und die Ausgangsklemme hier ist normalerweise mit einem roten Kabel gekennzeichnet. Und wenn du jetzt zum Beispiel noch mehrere solche Bewegungsmelder anschließen möchtest, dann geht es eigentlich genauso wie hier drinnen schon verdrahtet, nur du musst natürlich einen oder zwei solche Bewegungsmelder dann mehr hinzufügen. Dann wirst du aber recht sicher auch eine weitere Verteilerdose noch benötigen. In der Praxis habe ich mal zwischen meinen Bewegungsmeldern meine Verteilerdose gesetzt. Hier ist meine dreiartige Leitung, welche direkt zur Lampe hochgeht. Die Lampe habe ich übrigens auch schon mal in einem anderen Video fachgerecht angeschlossen. Das hier ist meine dreiartige Zuleitung und dann haben wir noch einmal hier unsere fünfartige Leitung, welche die zwei Dosen miteinander verbindet. Und dasselbe spielt natürlich auch auf der anderen Seite genauso. Als ersten Schritt muss ich alle meine Leitungen mal dementsprechend abmanteln. Die hier in der Mitte bei meiner Verteilerdose kann ich um circa 10 cm abmanteln und meine Leitungen hier außen bei den Bewegungsmeldern, da reichen normalerweise auch 5 cm vollkommen aus. Wichtig ist nur, dass am Ende bei der Verteilerdose hier die Mantel noch circa 1 cm in die Hohwanddose überstehen, dass ich natürlich auch eine dementsprechende Zugentlastung habe. Wenn meine Leitungen abgemantelt sind, muss ich natürlich die Leiter auch noch dementsprechend abisolieren. Hierfür wird das Ganze nämlich in solchen Klemmen hier verwendet, weswegen ich diese auch auf 11 mm genau abisolieren werde. Genauso wie hier drüben der graue und mein grün-geleber Schutzleiter und die anderen drei Leiter, welche ich jetzt benötige und in solchen Schraubklemmen in meinem Fall kommen, da kann ich das Ganze auch auf 7 mm abisolieren. Das reicht auch vollkommen aus. Da nun alles ordnungsgemäß vorbereitet ist, kann ich jetzt auch mal meine Leitung dementsprechend hier schon in meinen Bewegungsmelder hineingeben. Das Ganze natürlich auch noch etwas weiter schieben und anschließend in meinem Fall befestige ich jetzt das Ganze hier oben mit einer Schraube. Meinen grauen Außenleiter und meinen grün-gelben Schutzleiter benötige ich im Moment nicht, weswegen ich sicherheitshalber mal noch solche einzelnen Klemmen hier hinaufgebe. Und anschließend gebe ich die Leiter mal dementsprechend hier mit den Farben auch in dieselbe Klemme hinein. Hier oben bei mir ist schwarz, in der Mitte ist mein blauer Neutralleiter und hier unten ist mein brauner Außenleiter. Es kann bei dir übrigens jetzt auch sein, dass zum Beispiel der Außenleiter mit einem L gekennzeichnet ist, der blaue Neutralleiter mit einem N und hier oben der schwarze Außenleiter mit einem Pfeil. Danach noch festschrauben. Und nachdem ich jetzt das Gehäuse noch aufgeklipst habe, ist mein erster Bewegungsmelder auch schon fertig angeschlossen. Beim zweiten Modell gehen wir nahezu identisch vor. Erst einmal wieder meine Leiter hier dementsprechend durch das Gehäuse hindurch geben. Danach mit dem Befestigungsmaterial bei mir hier der Schraube wieder alles festdrehen. Sicherheitshalber Klemmen auf die nicht benötigten Leiter draufgeben. Den Farben bzw. den Symbolen entsprechend die Leiter wieder in unsere Klemme hineingeben. Alles mit Gefühl ordentlich festdrehen. Mein Gehäuse von vorne wieder aufklipsen. Und schon haben wir zwar den zweiten Bewegungsmelder richtig angebracht und können mal schauen, wie das Ganze hier verdrahtet wird. Zuerst lege ich mir alle meine blauen Neutralleiter und meine grün-gelben Schutzleiter mal mit genug Reserve nebeneinander. Und hier ist mir jetzt übrigens auch gleich ein Fehler passiert. Natürlich hätten wir das Ganze davor noch nicht abisolieren sollen. Denn jetzt müssen wir es mal noch dementsprechend mit einem Seitenschneider auf dieselbe Länge abkürzen. Denn erst jetzt muss ich meine Leiter final auf genau 11 mm abisolieren. Danach vierfach Klemmen jeweils aufsetzen. Und wenn auch das passt, haben wir unsere grün-gelben Schutzleiter und auch die blauen Neutralleiter schon fachgerecht miteinander verdrahtet. Und wir können mit unserem Außenleiter hier mal noch dementsprechend weitermachen. Ich lege mir meinen braunen Außenleiter meiner Zuleitung, den braunen Außenleiter vom linken und vor allem auch den vom rechten Bewegungsmelder mal nebeneinander. Kürze es auf dieselbe Länge ein, isoliere sie wieder auf genau 11 mm ab und kann sie wieder miteinander in so einer Klemme hier verbinden. Als nächstes laut Schallplan dasselbe Spiel mit meinen zwei schwarzen Außenleitern von dem Bewegungsmelder und dem braunen Außenleiter, welcher direkt zu meiner Lampe hochgeht. Und zum Schluss gebe ich sicherheitshalber auf meine beiden grauen Außenleiter, welche ich ja nicht benötige, auch nochmal so eine einzelne Klemme, dass ich diese im Notfall später immer noch hernehmen kann. Danach die Leiter mit Gefühl in der Verteilerdose verschwinden lassen, normalerweise natürlich auch eine Blende hier aufsetzen und wenn die Bewegungsmelder nach Anleitung jetzt richtig eingestellt sind, wofür es übrigens auch extra Videos gibt, dann gebe ich mal wieder Spangen auf das System und überprüfe natürlich das Ganze auf Funktionalität. Zuerst einmal habe ich meinen zweiten Bewegungsmelder abgedunkelt und ich würde sagen, der erste funktioniert auf jeden Fall. Und auch wenn ich den anderen Bewegungsmelder abdunkele, dann funktioniert mein zweiter hier natürlich auch super und somit haben jetzt auch schon zwei bzw. mehrere Bewegungsmelder miteinander richtig angeschlossen. Wenn du für zu Hause jetzt übrigens Bewegungsmelder, ein Leuchtmittel oder auch eins der verwendeten Werkzeuge aus dem Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.